Wie gesagt, Franzosen können nur zwei Dinge richtig gut, aufgeben und küssen. Langweilig, Shisatsu? Was macht die Kunst? Wieder mal Paul-Fieber? Verpisst, schottischer Trottel! Man merkt sicher gleich, dass ich hier sehr beliebt bin. Kommen wir weiter mit Call of Duty 3. Kien, helfen Sie Wilkins. Er kann seinen Arsch nicht von seinem Kinn unterscheiden. Verdammt gut, Sie wiederzusehen. Wilkins! Sie verflugter Trottel! Was tun Sie da, mein Freund? Kleines Geschenk für die Deutschen. Wir nennen sie Vera. Hier Zwilling, da drüben, heißt Len. Das Übliche. Einsatz vom Morgenkauern. Unser Mann am Boden ist ein Marquis namens La Roche, ganz anständig für einen Franzosen. Er bringt uns mit dem französischen Miederstand zusammen. Ein Oxymoron. Aber alles, was wir haben. In rund einer Stunde brechen wir auf, also los! Okay, wir machen weiter mit der Frankreich-Offensive. Fest, schnellen Jungs! Wir sind fast an der Absprungsstelle! Achtung! Sie tut der Bischof! Kann sie nicht halten! Wir müssen abspringen! 2.20 Stille, 2.44 Ui, die Landung ist nicht so... Oh oh! Achtung! Achtung! Fester Kraut durch den Boden. Der französische Widerstand. Wollen wir eine Waffe an den Kenny liegen lassen? Okay. Ein Mitglied des Empfangskomitees. Gut sie in einem Stück wieder zu sehen, Doi. Wir haben Vera verloren. Vera? Unseren Jeep. Wenn Sie sie finden, Doi, ich übergleite den Sergeant. Ich gehe auch mit dem Sergeant. Was ist los, meine Freunde? Schnappen wir uns die Deutschen. Schnappen wir uns auf die Regen. Ich bin los. Ich muss los. Ich bin 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 los. Lade. Oh, okay. Au. Shit. Das sind die Exploriere da heute. Gibt's denn nicht? Eieieieiei. Ein bisschen clevererisch, wie ich die Schiesserei habe begonnen. Jetzt kann ich wenigstens wieder nachladen, ob die Waffe nicht vollständig leer ist. Oh. Ich habe auch zurückgewerfen. Was war denn da los? Schräg. Wow. Ah, da ist auch noch einer. Da hinten natürlich. Autsch. 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 Da habe ich mir fast gerutscht. Da noch. Hützer Tank. Ja. Deutscher hinter den Brunnen. Achtung, wir haben eine Granate. Autsch. 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 Was kann ich da rein in das Gebäude? Das ist gut wie schnell. Es kann nicht sein, dass man keinen Running Mode hat. Oh, da kommt der her. Und da kommt noch einer. Achtung. Da hinten. Nachladen. 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 Das ist echt da, dass er durch ist. Scheiße, krank. Die Gangl. Hey. Da fallen wir schon ein. Und der noch weg. Gut. Jetzt müssen wir hier schauen. Zauber. Ich steu mal vor. Das Fass ist doch nicht so clever. Oh, oh. Scheiße. Ich brauche nicht mehr zu übertreiben. Ich mache mir nur noch ein Druck. Hey. Das ist doch nicht wahr. Geh es, der kommt! Achtung, keine Granate! Okay, Bewegung! Geh es, zurück! Kissen, Staple! Weitige Granate! Erfroffene Fels! Scheide! Hallo, ganz weg! Ah! Habe ich den jetzt abgeschossen? Ja! Da kann man den verdammten Lobby blicken! Geh es, Eko! Rückzug zu Sekunden! Nein, heute Morgen! Deutsche, hinter den Boden! Nein! Aufs offene Feld! Richtung öften! Aufs offene Feld! Aufs offene Feld! Bewegung! Deutsche, hinter den Boden! Versch mal ohne! Allee, allee! Also! Hei, jei! Lass die Deckung! Deutsche, hinter den Boden! Oh, putain! Oh! Lege es aus! Los, los, los! Shit! Los, los, los jetzt! Shit! Ich bleibe hier überall, Grafik fern! Aber, die Wache ist leer! Ihr Koordinat! Ich darf Hilfe! Er wurde getroffen! Nein! Sagt! Da ist noch einer! öh oh 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 Oh, das ist wiederum. Oho! Lade nach! Kommischerweise nicht weiter aufs Dach bewegen. Okay, wird das Dach ab. Ist doch auch noch komisch. Bevor der das Dach auskommt. Gibt es das MG drauf? Vera, ich könnte deine Windschutzscheibe küssen. Vier Stück. Krass. Alles klar dann! Und jetzt? Vera und der Franzmann bringen uns zur Marquis-Basis. Ich kann nicht rein. Wie sie wünschen, Franzmann. Hallo! Jetzt... Das ist der Schlank der Metall rechts. Okay. Also... Okay. Okay. Ich hoffe... Ich schiessen die. Oder kann ich noch links rechts schauen? Ich bin ein paar Wiener. 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 Scheiße! Nee! Das ist nur der Anstalt. Ich bin ein paar Wiener. Oh, das ist ein Konzert. Ist ja klar, dass ich auch nicht dran vorbeifommen. Scheisse, Mann. Jetzt die Tür. Oh, da war er, denkst du. Jump. Aber nicht mehr. Ah, drüber. Schöne. Wir müssen springen. Vollgas, Doyle. Sie haben einen Schreck angejagt, Doyle. Später in einem Call of Duty noch dürfen. Ähm, Jeep fahren. Oh je, was mache ich? Jetzt der Kurs mit der Handbremse. Eine Kurvehäbel. Sie sind spät. Auch erfreut, Lady. Dufontaine. Isabelle Dufontaine. Es wäre mir egal, wenn Sie die Königin von Frankreich wären. Wo ist der Major? Seht, wie seid ihr im Bissil? Ihr Major ist noch nicht da. Wir haben keinen Kontakt mit zu einem unserer Leute. Marcel Le Monde. Was ist ihm zugestoßen? Er ist bei der Aufklärung nahe der deutschen Luftverteidigung verschwunden. Sie meinen diese deutschen Bastarde, die uns vom Himmel geholt haben? Klingt nach Rache. Was, Doyle? Wir helfen Ihnen, Ihren Mann zu finden. Jemand sollte am Treffpunkt bleiben, falls Major Ingram kommt. Danke fürs Übernehmen, Franzmann. Das ist die Lage. Die deutschen Schützen nutzen ein Anwesen in dieser Richtung als Kaserne. Die Flagge ist rechts. Allonsi doll. Gehen Sie vor. Vor, vor, vor. Die Häuser, kleine. Um die das machen. An rechts hat sie gesehen. Links. Voraus, rechts. Voraus, rechts. Gehen Sie langsam aus. Die Munition. Auf die liegen. An rechts haben sie gesehen. Wir werden uns erst verbrachen. Dorn nehmen. Ja, was wir in meinen Augen haben. Bei mir bleiben. In Deckung bei den Kisten los. Kassel, bisschen weg. Ich bin zu kackieren. Das sind hier nicht viele Oha, da hinten ist er Ja, er lanciert mich dort vor den Schuss Halt zusammen vor den Schuss Da kommt er, ja Er wurde getroffen Und noch einer Oha, noch einer Die sind aber nicht die intelligente Diese Kleber rufen sie zu Was ist mit denen los? Geht weg um Das ist der Schusskörner Kommen die da randerm immer wieder So, ich gehe mal die Flagge sprengen Das ist der Schusskörner Das ist der Schusskörner Also drei Schnipp Ja, aber nicht Das ist der Schusskörner Da ist überall einer hier Da wird es gehen Allez, allez Halb Deutschland anwesend Hier in diesem Flaggenäste Nazi-Zuchtstätte Oh! Oh du, keine Schau Jetzt hat einer auf dem Häuschen Oh shit, das ist ein Kollege Ich habe einen Kollegen abgeschossen Ich habe einen Kollegen abgeschossen Wo auch hier unten Vomach Komm Es gibt dann ein bisschen Puls, oder? Ui, weg 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 Diese Redofte Ditsche Mit einem 3-Krad-Zähniger Los geht's! Nein! Hier haben wir ihn! Oh, landet sie! Der ladet in die Luft! Äh, wann räumt er denn die? Oi! Und gut ist! Ah nein, ich denke es ist Y Aber es ist immer Y Ich weiß gar nicht Die Scheine mit den Schweinen Weiche Ei! Eure ganze Armee ist verweistlich! Achtung, wer hat eine Granate? Deckung geht, Deckung! Feindliche Infanterie! In Südwesten! Deutsche Infanterie! In Norden! Hinter den vorne! Was ist der für die Kugelsicht? Ballet in den으, Pullen! Was ist die Schwertarbeit? Wäht, Wäht, Wäht! Achtung, Wäht, Wäht, Wäht! Wäht, Wäht, Wäht! Wäht, Wäht, Wäht! Uäht, whäht, Wäht! Die Kär'st400 Die Ballerei hoffte, dass im Ballermodus sie bräuchte. Ah, jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Jetzt sind wir wieder aufstehen. Jetzt sind wir wieder aufstehen. So. Durch. Oh. Das ist ein Nixi. Da ist hin. Da muss sie auch kümmerig werden. Die linke Flanke einnehmen! Ah, schau jetzt! Früher spüren wir unsere Doppelklamm! Rüttel zu sekundären Positionen! Die Seko gehen los! Scheisse! Der Hund und Einer denkt, ich kann das Haus stürmen. Und dann mit ihm! Einer! Und ihre linke Flanke! Rennatte mischt! Achtung! Werfe eine Grenate! Renn die Täter! Dann nehmen wir ihn auf! Sie halten uns zu uns ohne! Masken! Wirkung, wirkung! 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 Scheisse, jetzt hat es mich gestern! Wirkung! Weich ein! Weich ein! Wirkung! Wirkung! Da hab ich gar nicht nachgezogen Aber da ist kein Ball Oh, da ist es Da ist nicht da Da hab ich gar nicht nachgezogen Wo ist da hin? Ekoa Aber wieder bleiben unerkannt Jetzt hat er fast gekillt Nimm nochmal Da fliegen sie Da fliegen sie Von meinem Gericht oder? Oh Das war eine knappe Geschichte Oh, das ist ja mindestens Da ist sie hinterher geflüchtet Ich gehe da wieder grösste Hell raus Ich schieße mal auf die eigenen Leute Achtung! Ich spiele da durch So die Allergengeschichte erzählen Ist schon cool Was? Für was sind wir denn hier runter? Für wieder alles zurück? Das war jetzt für gar nichts Hier unten war niemand Das waren wir Da haben wir jemanden befreit Vielleicht Das wäre ja noch möglich Die Deutschen sind direkt hinter mir Die Deutschen sind direkt hinter mir Sie mit Kies und Monsieur La Roche